Wir schauen uns heute ganz kurz die Bedrohung nach 241 StGB an. Warum ganz kurz? Ja, ihr seht es hier, der Schwerpunkt einer Examsklausur liegt niemals bei der Bedrohung nach 241 StGB. 0 von, was sagen wir, 46, also ja. Okay, hier seht ihr den Aufbau von dem 241. Es gibt einen ganz kurzen objektiven Tatbestand, weil beim objektiven Tatbestand müsst ihr einfach nur eine Sache prüfen und zwar die Tathandlung. Wurde hier gedroht und es gibt eine Tathandlung nach Absatz 1 oder nach Absatz 2 oder nach Absatz 3. Okay, und im subjektiven Tatbestand, da gibt es die eine Besonderheit, wenn ihr beim objektiven Tatbestand eine Tathandlung nach Absatz 3 habt, dann muss hier Dolus Directus 2. Grades noch vorliegen. Aber okay, schauen wir uns gleich an. Ja, genau, es gibt noch Qualifikationen im Absatz 4. Ja. Genau, kommen wir zu der einzigen Definition, die ihr aber schon hoffentlich kennt, weil ihr mein Video zu der Nötigung gesehen habt, nämlich die Drohung ist, dass in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben, vorgibt. Genau, kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Ja, ich verweise mal auf mein Video zu der Nötigung. Alles, was ich da gesagt habe, auch mit der Warnung oder so, das gilt hier genauso. Ein, ja, oder der wichtigste Punkt hier ist, bei der Bedrohung nach 241 StGB, ist, dass die Drohung, die ausgesprochen wird bei dem 241, die muss objektiv geeignet sein, den Eindruck der Ernstlichkeit zu erwecken. Das ergibt auch Sinn. Schauen wir uns zwei Beispiele an. T und J spielen das Videospiel Elden Ring. Sie kommunizieren online, also über Discord. T spielt einen Charakter und J auch. Der virtuelle Charakter von T verhält sich so, dass der virtuelle Charakter von J stirbt. J sagt so dann zu dem T, das wird Konsequenzen haben. Und vielleicht lacht er noch dabei, was auch immer. Ja, ihr merkt, das ist natürlich hier keine Drohung nach 241 StGB. Und weil das natürlich objektiv nicht den Eindruck erweckt, dass das hier ein ernst gemeintes in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels ist. Genau. Gegenbeispiel T und seine Frau F streiten sich erneut. Die F sagt zu dem T, dass sie ihn verlassen möchte. T sagt dann zu der F, wenn du das machst, wird das Konsequenzen haben. Ja, in diesem Beispiel. Ich brauche das gar nicht zu erläutern. Also ihr seht, das ist ein anderer Fall, ein anderer Sachverhalt. Das ist, je nach den Umständen, ist das hier eine Bedrohung. Wenn die hier eine liebevolle Ehe haben und die F, die sagt das hier aus Spaß und lacht dabei noch, weil der T hat gerade, keine Ahnung, Kaffee verschüttet oder so. Und jetzt sagt die F so aus Spaß, haha, ich werde dich verlassen, du Tollpatsch. Und jetzt sagt der T, ah, wenn du das machst, dann werde ich Konsequenzen haben. Ja, also das ist halt so Teasing, whatever. Das ist keine Bedrohung. Ja, egal. Ihr wisst das, ihr kennt das, ist nicht klausurrelevant. Wir kommen zum Absatz 1 von 241. Äh, lese ich den vor? Hm, nee. Lese ich nicht vor. Der Absatz 1, der erfasst sämtliche rechtswidrige Taten. Das ist noch, okay, das ist vielleicht noch wichtig hier zum 241. Aber das ergibt sich auch aus der Gesetzeslektüre. Der Absatz 1 erfasst sowohl Vergehen als auch Verbrechen. Also egal, ob Freiheitsstrafe unter einem Jahr oder über ein Jahr. Alles wird von dem Absatz 1 erfasst. Dann der Absatz 2. Der Absatz 2, der Absatz 2, da werden nur Verbrechen, nur Verbrechen erfasst. Also nur, wenn hier nur mit Straftaten gedroht wird, die mit über einem Jahr bedroht sind. Also, wenn ich sage, boah, ich werde dich töten. Ja, das ist natürlich Totschlag. Das weiß ich gar nicht auswendig. Ist es 5 Jahre? Oder 3 Jahre der 212? Ja. Jedenfalls ist das ein Verbrechen, der Totschlag. Und deswegen würde das dann unter dem 241 fallen. Hier unter den 241 Absatz 2, muss ich sagen. Und hieran seht ihr auch, dass der 241 Absatz 2, der ist spezieller. Der ist... Da gibt es ein Mehr an Herausforderungen. Bei dem Absatz 1, da reicht auch ein Vergehen aus. Und deswegen ist der 241 Absatz 2 eine Qualifikation zu dem Absatz 1. Ist, glaube ich, klar, weil Verbrechen mehr ist als Vergehen. Und unter dem Absatz 1 fallen auch Vergehen. Okay, letzte Tathandlung. Der Vortäuschungstatbestand, wie man ihn auch nennt. In Absatz 1 und Absatz 2 nennt man auch Bedrohungstatbestand. Falls das mal in der mündlichen... Ja, kommt eh nicht. Ja, egal. Absatz 3. Ebenso wird bestraft, wer wider besseren Wissens einen Menschen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe. Und hier brauchen wir eben dieses Vortäuschen und im subjektiven Tathbestand brauchen wir einen wider besseren Wissens. Hier, erster Punkt, diese ihm nahestehende Person, da könnt ihr auf den 35 Absatz 1 schauen. Das gilt übrigens auch für den Absatz 2. Da steht auch eine ihm nahestehende Person. Da könnt ihr den 35 Absatz 1 ranziehen. Es muss hier auch ein Verbrechen vorgetäuscht werden und wenn die Tat tatsächlich bevorsteht, also wenn ich sage, boah, wenn du das machst, dann werde ich deine Mutter töten. Ja, das ist eine ihm nahestehende Person und jetzt habe ich wirklich diese Bombe bei der Mutter gepflanzt und jetzt steht die Tat tatsächlich bevor, dann täusche ich nicht mehr vor. Bei dem Absatz 3 soll dieses Vortäuschen geahndet werden. Wenn die Tat tatsächlich bevorsteht, also ich habe wirklich die Bombe in dem Apartment der Mutter platziert, ja, dann ist das keine objektiv falsche Drohung und deswegen würde das dann nicht unter den Absatz 3 fallen. Okay. Wieder besseren Wissens meint den Dolus Directus 2. Grades. Den müsst ihr im subjektiven Tatbestand prüfen und das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.